jane doberic meine freunde was geht ab heute gehen wir in die vierte runde von vain vs smith shalom vain was geht ab was geht ab digger was geht ab muss auch echt dazu sagen dass ich absolut kein fifa spielen kann ja du hast jetzt das wir nehmen jetzt vierte aufnahme auf wenn du es ist und nur drei mit gewonnen ich will auch mal gewinnen ja er macht ernst direkt was war da ja warum spiele ich mit kontrolle auf tisch wie ekelhaft ist das denn ja man was macht er ich wollte schon trick machen ball ist noch in luft gewesen so reingeschissen ja mann ich mache gut druck an da ist er da ist er da ist er da ist er der kapitän zeigt wie es lang läuft na ich habe gedacht du stehst näher dran na ey was machen sachen was machen sachen warum hält er ihn der wm aus der wm aus der wm aus der wm aus oh digga was händersen ganz krass der kapitän weiß wo es lang ist der wm aus der wm aus ja 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 Spiel ist einfach hässlich, dann knall ich dir in der Dreti rein, eiskalt, er hält, er hält, er hält, er ist wieder im Game, ich glaube es hakt, ich glaube es hakt, Strich, was passiert hier, was ist das für ein Spiel gerade? Nein, wohin, Striche, tschüss, wo sind meine Spieler? Nein, von euch, Digga! Scheiße, blöd, Junge, hä, ich hätte 2-0-4 können aufentsparen, Digga, Junge, das ist einfach FIFA, wenn du nicht Chancen nutzt, du wirst, äh, Dings bestraft. Oh ja, da merkt man das, was hat er gemacht? Hey, was, Digga, was geschieht hier? Er ist Pirat, Digga! Oh, der wusste gar nicht, was er abgeht. Uff! Hat Firmino 5 Sterne oder macht Megidi Spin jetzt links? Megidi kann doch jeder jetzt. Ach was, wusste ich gar nicht. Oder? Nein, nein, nein. Wenn ich mehr was bin, ne? Nein, das war so schlecht. Ach Junge, das war so schlecht, Digga! Dafür tanze ich. Einfach 2-2, musst du aber sehen, neunzigste, dreißigste, ja moin. Einfach Zeit zurück spülen. Spulen oder spülen? Das war ganz stark gespielt, das war ganz stark. 85ste, ist das der vorzeitige Sieg? Nein, das war richtig gut. Ja, Henderson einfach Tormaschine bei mir. Doppelpack hat er, glaube ich, dieses Spiel. Ey, mach jetzt nicht den. Was macht Van Dijk? Oh mein Gott. Hast du dir gerade schon fast in die Hosen geschützt, eigentlich. Ja man, safe. Safe. Ja, also. Dicker, was macht der? Ja. Drei Minuten nach Spielzeit. Schnell, 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 dicker, schnell. Nein, Dicker, was kommt das denn? Schmutz? Einfach nur Schmutz? Ja, Dicker, ich check mich nicht, wie wir verteilen nicht. Da kommt Firmino. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Ja, jetzt noch Eckentor. Kopfballtor jetzt. Und dann... Ach, jetzt aber... Das ist, glaube ich, mein erster Sieg gegen LeeVayne in diesem Format hier, ne? Fühlt sich sehr gut aus. Ja, also ich glaube, jetzt spielt jetzt stets vierte Aufnahme, Wayne gegen... Äh, pfff... Vierte Aufnahme, Wayne vs. Swiss. Und im Endeffekt steht es jetzt in der Hole in One. 3 zu 1 für den LeeVayne. Jetzt kommt das Comeback des Jahres. Ja, willst du noch was sagen? Hallo. Hallo. Na? Na, was machen Sachen? Wir reden gerade über das Scheitjag. Das ist ja ein Jahr? Weiß nicht. Nee. Nee, weiß nicht. Das geht es schonmal.